So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Beim letzten mal sind wir hier in die nächste Festung eingedrungen. Ich hab das Gefühl, die machen gar nichts anderes mehr. Und ja, sind natürlich schon wieder mehrfach gestorben, wie nicht anders zu erwarten. Aber wir haben auch schon Fortschritte gemacht. So, was ist denn hier hinten noch so los? Da steht jemand. Ich versuch's mal mit dem. Bleib mal bitte stehen. Nicht da. Das ist der einzige sonst hier direkt, oder? Nur da oben noch. So, könntest du? Danke. So, wo bleibt der stehen? Da. Sehr schön. Noch einer weniger. So, soll ich mir jetzt den da oben vornehmen? Ja, funktioniert nicht so gut. Na, so. Äh. Oh, da. Sag mal, wie viel Schaden macht die denn? Das ist doch nicht normal. Achso, ich bin auch schlau. Ich könnte mir vielleicht mal noch einen Feuerresistenztrank reinhauen. Na gut, jetzt greifen wir erstmal da drüben an. Achso, der Bogen ist noch ausgerüstet. Da war vermutlich nichts. Da war vermutlich nichts. So. So. Zaubertränke. Ähm. Feuerresistenz. Und. Ähm. Noch irgendein Gift auf den Borgen. Magie-Karikarnation senken. Ausdauer senken. Anfälligkeit für Magie. Das ist auch nicht übel, glaub ich. Ist da jemand? Ja. Ja. Ich wusste nicht. Wow. Fuck. Das hat nichts gebracht. Hab ich gespeichert? Nein, hab ich natürlich nicht. Wieso macht die so viel Schaden? Das ist doch nicht normal. Was? Hm. Ausdauer senken. Magie-Karikarnation senken. Senkt die Magie-Karikarnation des Ziels für 22 Sekunden um 100%. Um 100%? Also auf 0? Oh, Zerstörungszauber sind für 60 Sekunden um 22% stärker. Das ist vielleicht nicht so gut. Sagt ihm. Äh. Lass Besserungszauber für 60% um 21% längere Dauer. Entzieht dem Ziel 13 Punkte Ausdauer. Oh. Das ist es doch. Senkt die Magie-Karikarnation des Ziels für 22 Sekunden um 100%. Oder. Oh. Das ist natürlich noch besser. Versuch's mal hier mit. So. Und. Die Feuer-Resistenz irgendwo da unten war. Die Feuer-Resistenz irgendwo da unten war. Da. So. Er sie erst rennt da rüber. So. Steh mal auf. Und dann. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Treff ich von dir aus? Nein. Leider nicht. Na gut. Komm. Objekte. Zaubertränke. Heiltrank. Äh. Heiltrank. 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 Hab ich keinen. Heiltrank mehr. Mist. Verdammt. Geil. Boah. Wieso ist sie so endlos stark? Das ist doch nicht normal. Ach. Den Bogen hab ich doch. Okay. So. Aber ich glaub der ernst war nicht. Moment hab ich auch nicht noch. Was hab ich denn hier noch? Rolle der Hysterie. Rolle des Chaos. Rolle des Feuersturms. Rolle des Schneesturms. Hm. Naja. Kreaturen und Personen bis zur Schule 15 greifen 60 Sekunden lang jeden in ihrer Nähe an. Ne. Ist glaub ich nicht so sinnvoll grad. Na gut. Ich versuch's gleich mal damit. Kann ich das gleichzeitig auch noch drauf packen? Okay. Nein. Kann ich nicht. So. Feuerresistenz. Und. Ähm. Regeneration. So. Ja. Das reicht eigentlich. So. Renn da rüber. Und dann lass dich erwischen. Ist da jemand? Nein. Wie immer. Ralt. Ja. Ich hoff's. Zumindest. Mist. Sag mal. Zwei Treffer und ich bin tot? Das ist doch nicht normal. Okay. Vielleicht lass ich die einfach mal außen vor. Fuck. Das war jetzt vielleicht nicht so schlau. Ähm. Laden wir mal kurz den letzten Speicherstand. Wow. Sieben Minuten. Ich hab noch nichts geschafft. Unglaublich oder? Nur wenige sind so gut. Ähm. So. 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 Talentiert. Und pick up. mit. Woah. Woah. Ich hab dich jetzt nicht mal bemerkt diesmal. Woah. Woah. Ja dann schleich mich mal da vorbei. Woah. Der Schrei war ja auch nicht laut oder so. Dieses Uaah Nichts besonderes hier Krug Noch mehr Krüge Das hast du jetzt gehört? Ich werde wohl etwas nervös Ja, ich glaube auch Liegt vielleicht daran, dass um dich rum alle sterben Ist nur so ne komische Vermutung Oh Oh Ja, wenns so ist, dann versuch's mal mit der Truhe Wie viel die Triche habe ich? Zwei, na toll Super, jetzt habe ich noch einen Mist So, ich habe es mir nie mal nach oben bewegt Entweder bricht er jetzt direkt ab oder ich habe es direkt geschafft Ich trau mich nicht Also noch viel vorsichtiger geht eigentlich nicht Ja Ja Nein Jetzt aber, komm Na So So Fuck Nein Blöder Mist Ich habe zu wenig die Triche Bin ich ja nicht blöd Nur mal, also ja natürlich aber Sag mal Wie hast du das jetzt mitbekommen? Moment Ich will aber wissen, was da drin ist Machen wir es halt nochmal Ich sollte kurz vor der Truhe dann nur halt speichern da Mh Der war nett Haha So Die da oben hat nichts mitgekriegt, die Olle Lass dich mal kurz looten Mh Brauche ich eigentlich nicht Meinen Pfeil hätte ich gern wieder Wie sieht sie aus? Nichts nützliches, oder? Oh, ein kleiner Sack mit Naja Zaubertrank der Heilung Das ist doch wirklich nützlich So, jetzt lass mich mal da rein Speichern Speichern Gut So, ist das gleich wie gerade eben? Naja, das sieht gar nicht schlecht aus Nein Ein Stück weiter hoch So Nein Noch ein Stück weiter hoch Das war zu weit So Sag mal Wo muss ich mit dem doofen Ding denn hin? Aha Geht doch Ein Amethyst, der ziemlich viel wert ist Was? Halskette des schwachen Führens Einhändige Angriffe verursachen um 15% höheren Schaden Ja, ist eigentlich ziemlich wertvoll Das war's dann So, speichern und reingucken was da ist Erstmal nach links Nein, nach rechts Nein Sowas, nein Sowas Joa Nett Oh, der ist gut Das brauch ich eigentlich nicht Ach, ich nehm's mal mit Das kann auch nicht schaden das Ding dabei zu haben So, kann ich da oben irgendwie War da nicht irgendwo ein Loch in der Decke? Nein Ach, wo Wo regnet's denn hier rein? Ach, was weiß ich Ich speichere nochmal Gut Ich habe immer noch einen Dietrich in der Tasche jetzt Was zum Was zum Was war das denn? Da ist nichts rot oben Okay Bin verwirrt Das sieht nach Falle aus Das da sieht auch nach Falle aus Die Frage ist, wo wird die ausgelöst? Ich sehe es nicht Ach, wahrscheinlich war das die gleiche Falle wie da hinten Also das war die Falle von da hinten wahrscheinlich Aha Da sitzt einer Ich würde mir behaupten, der sitzt da nicht mehr lange Bist Hier drüben Bist du still? Warte Oh fuck Gut Ich bin versteckt Glück gehabt Was? Ach, die da hinten ist gegen die Falle gerannt oder was? Wenn das tatsächlich passiert ist, wäre das ziemlich nützlich Moment Das muss ich mir gleich mal nachher angucken Ach, aber erst muss ich niesen Einmal pro Aufnahme muss das einfach passieren Ich habe eine Mikroallergie glaube ich Oder eine Allergie gegen mein nutzloses Gelaber Liegt hier irgendwo eine Leiche? Was hat sich so angehört? Hier ist nichts Na gut Da! Tatsache, das ist die Olle von oben Wie geil Buchen Wobei, Moment, was macht mein Dolch hier? Waffen Der Stahldolch 6 Schaden Und Wert 100 eher gut Und das nehme ich aber mit Ja, ist ja gut Ich lege hier gleich wieder was ab Kann hier eigentlich mal irgendwas loswerden? Nicht wirklich eigentlich Die Pfeile wiegen alle nichts Wie sieht es aus mit Essen? Hier Hau dir ein bisschen davon was rein Und dann noch die zwei Karotten Jetzt geht es wieder, oder? Nein! Boah! Beinahe den selben Fehler nochmal gemacht Wer summt denn hier? Wer summt denn hier? Ist hier denn jemand? Hm? Da liegt jemand im Bett Nicht mehr lange würde ich sagen Also doch Wahrscheinlich doch dann Wahrscheinlich ziemlich lange sogar noch Also eigentlich bin ich hier ziemlich gut versteckt Ja Sag ich ja Ach das war die hinter der Wand da Sag mal Was stimmt mit dir nicht? Bist du krank oder so? Ne halt die hinter der Wand habe ich doch schon erledigt Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt Oh! Toll Oh! Mein Pfeil Hm Tja Mist Dann Hau halt Zwei Kaninchenkeulen rein Hat nicht gereicht Mist Ein Bügeleisen? Wow! So was habe ich hier noch? Lachsfleisch Immer noch nicht Ein Apfel Jetzt geht's wieder Oh! Was sehe ich denn da? Ansonsten ist hier nichts von Bedeutung oder? Ne Alles klar Ja Hier könnte ich vielleicht mal Kann ich hier wieder irgendwas auseinander nehmen? Entzaubern Irgendwas noch Als könnte das schwachen Führens Pja Na komm Mach ich mal Mach ich mal Gib mir immerhin wieder ein bisschen Spielraum beim Ähm Na beim ähm Ist doch klar oder? Beim Gewicht meine ich So Äh halt Da wollte ich gar nicht hin Ich wollte hier lang Ach halt Was ich jetzt natürlich auch noch gucken kann Nachdem die Olle da oben jetzt weg ist Was gibt's denn da oben noch? Oh Hm Den kannte ich noch nicht Oh den nehme ich mit hier So den Rest brauche ich nicht Und was ist mit dir? Oh da ist noch mein Pfeil drin Blauer Spetterlingsflügel Na von mir aus Na toll Ach Es ist doch zum verrückt werden Hier ich brauche keine Ausdauer Regeneration jetzt Ist das im Beistelltisch? Ja jetzt schade, wow Und in der großen Truhe hier Was zum Meridas Stern? Meridas Stern Das nehme ich mal mit Keine Ahnung was es bringt Rolle der Geisel der Untoten Untote bis Stufe 30 werden in Brand gesteckt Wow! Das nehme ich sowas von mit Und so was kann ich hier lassen? Irgendwas hier noch? Mein letzter Dietrich Quecksilberherz will ich nicht hier lassen Selbe Selbe Ja guck Lass den selbe Zantikap felsen Ich will ihn nicht ausrüsten Ich wollte ihn eigentlich hier lassen Eine neue Hand berührt den Stern Was? Hört mich Hört mich an und gehorcht Eine schändliche Dunkelheit ist in meinen Tempel eingedrungen Eine Dunkelheit, die ihr vernichten werdet Mache ich doch schon Bringt meinen Stern zum Berg Kilkrian zurück Und ich werde euch zum Werkzeug meines läuternden Lichtes machen Okay Ja von mir aus Ähm Okay Moment Wes Hallo? Quest? Hallo? Spiel? Ich will Was? Was stimmt mit dir nicht? So jetzt Ich sehe echt nicht was vor grad Die Morgen grauen Zum Berg Kilkreat Auf der Karte anzeigen bitte Statue für Wo bin ich denn jetzt? Ah ziemlich Abseits von da wo ich eigentlich hin will wie es aussieht Ah ja okay Gut Dann machen wir mal beim nächsten Mal weiter Bis dahin Tschüss Bis dahin Tschüss